Ein Mann, der im europäischen Raum das Free-Solo-Klettern auf eine neue Ebene heben konnte, erfolgreicher Buchautor war und auch eine spektakuläre Erstbegehung in Pakistan über die Bühne brachte. Ein Mann namens Hansjörg Auer. Hansjörg Auer wurde am 18. Februar 1984 in Zams im Oberinntal geboren. Der Tiroler entdeckte die Berge früh für sich. Schon mit sechs Jahren bestieg er die ersten 3000er und nur sechs Jahre später, also mit zwölf Jahren, begann er schon zu klettern. Er war also schon in Kinderjahren in dem Element, welches ihm später zu großem Erfolg verhelfen wird. Schon 2004 begab er sich auf erste Expeditionen mit dementsprechender Kletterei und 2009 kletterte er im Leutaschtal den Schwierigkeitsgrad 8c+, welcher bis heute als absolut schwierig geht. Hansjörg Auer hat als verstanden, die Schwierigkeiten des Kletterns mit der Exponiertheit und dem Abenteuer hinter Expeditionen in den höchsten Gebirgen der Welt zu kombinieren. Diese Kombination brachte ihm beispielsweise die erfolgreiche Erstbesteigung des Ostgipfels des Kunjan-Tisch über die Südwestwand. Und trotz seiner Leidenschaft für die großen Berge fand er eine weitere Leidenschaft in der richtig schwierigen Free-Solo-Kletterei. Schon 2007 hatte die Marmolata Südwand über die Route Moderne Zeiten im Schwierigkeitsgrad 6c+, Free-Solo, also ohne Seilsicherung und ohne Partner durchsteigen können. Und außerdem auch die sehr berühmte Route Weg durch den Fisch im Schwierigkeitsgrad 7b+. Vor allem letztere war Hansjörg Auers Durchbruch in der Öffentlichkeit. Er hat sich mit diesem Projekt einen Namen gemacht, obwohl er es zuvor gar nicht auf die große Glocke gehängt hat. So war es mehr oder weniger ein Zufall, dass er bei der Durchsteigung beobachtet wurde und es letztlich ein ganz großes Spektakel war, als die Neuigkeit die Medien erreichte. Doch so war Hansjörg eben. Bescheiden und bodenständig. Denn eigentlich kannte Hansjörg Auer bis 2009 noch das ganz durchschnittliche Leben als Lehrer. Er unterrichtete Mathematik und Sport, während er in seiner Freizeit seine ersten großen Ideen umsetzte. 2009 gelang ihm dann der Sprung in den Spitzenalpinismus und er machte aus seiner Leidenschaft seinen Beruf. Hansjörg Auer war ein vielfältiger Mensch mit vielen Facetten und so vielen Spezialgebieten, dass man ihn eigentlich als den besten Allrounder im Alpinismus bezeichnen hätte können. Er war ein hochbegabter Eiskletterer, Free-Solo-Kletterer, Höhenbergsteiger und letztlich auch Lehrer und Buchautor. 2015 lernte er aber dann auch die dramatische und gefährliche Seite des Extremsports kennen. Die Nilgiri-Südwand war bis zu diesem Jahr undurchstiegen. Und so versuchten Hansjörg Auer, Alexander Blümel und Gerhard Fiegl diese erstmals zu durchsteigen. Nach heiligen Strapazen gelang ihnen genau das auch nach ganzen drei Tagen in der Wand. Am Gipfel oben ging es letztlich um den Abstieg mit dem Problem, dass Gerhard Fiegl unter einschränkenden Erschöpfungserscheinungen litt. Dadurch mussten sie nur wenig unter dem Gipfel ein Notbivak einschieben und probierten am nächsten Tag die Überschreitung und den etwas leichteren Abstieg über den Südwestgrad. Am Südwestgrad jedoch spielten sich dramatische Stunden ab. Durch die Erschöpfung von Gerhard war es immer wieder schwierig, sich weiter zu bewegen. Alles ging langsam. Zu langsam. Gerhard Fiegl stürzte in einem kurzen Moment der totalen Erschöpfung und fiel letztlich in den Tod. Die Leiche von Gerhard Fiegl wurde selbst nach mehreren Versuchen der Bergung nicht gefunden. So hatte Hansjörg Auer auch seine prägenten Momente, die ihm immer wieder aufzeigten, dass Extremsport durchaus auch eine dunkle Stunde mit sich bringen kann. Und Hansjörg Auers Leben war auch nicht nur von Momenten des Erfolgs durchzogen. Ganz im Gegenteil. Hansjörg lernte auch immer wieder, was es bedeutet zu scheitern. So gelang es ihm, den Mascherbrummen nicht über die Nordostwand zu besteigen. Immer wieder scheiterten Versuche an schlechtem Wetter, schlechter gesundheitlicher Verfassung oder der unglaublich schwierigen Verhältnisse in der Wand. Auch die Amada Blam blieb ihm in Kombination mit David Lama verwehrt. Auch hier brach Hansjörg die Expedition ab. Und auch 2017 wollte es mit der Südostkante der Annapurna 3 nicht so recht funktionieren. Auch diese Expedition scheiterte aufgrund der schwierigen Umstände. Jedoch sind diese Rückschläge auf diesem Level des Spitzenalpinismus keine Ausnahme und schon gar kein Indiz für fehlendes Können. Hansjörg Auer versuchte hier schließlich, die Geschichte des Bergsteigens fortzusetzen und ein ganz neues Kapitel zu schreiben. Und 2018 sollte ihm das am 7157 Meter hohen Luc Passat West auch gelingen. Ganz allein durchstieg er die Westwand des Berges, womit es nicht nur die erste Solodurchsteigung, sondern gleich die erste Durchsteigung überhaupt über diese Seite war. Dafür wurde er nachträglich auch ausgezeichnet. Doch all diese Geschichten und Erfolge liegen leider in der Vergangenheit und es ist schwer Hansjörg Auer's Vergangenheit zu strukturieren, wo er doch ein so vielseitiges und intensives Leben mit so vielen verschiedenen Schwerpunkten leben konnte. Leider wird diese Form des Erfolgs und Triumphe über seine Projekte nie wieder stattfinden. Denn im Jahr 2019 wurde er zusammen mit Jess Ross Kelly und David Lama bei einer Expedition in Kanada am Host Peak von einer Lawine vom Berg gerissen und getötet. Zuvor konnten sie den Gipfel des Host Peak über eine neue Mixed-Route erreichen, den Abstieg überlebten sie jedoch nicht mehr. Hansjörg Auer wurde schließlich im Mai 2019 in seiner Heimatgemeinde beigesetzt. Hansjörg Auer war so vieles, dass es für ganze Bücher gereicht hat. Er war ein außerordentlich schlauer Kopf mit dem Hang zu extremen Leistungen im Alpinismus. Er stand für einen kühlen Kopf und einer unglaublich starken intrinsischen Motivation, die Grenzen des Alpinismus herauszufordern und immer weiter nach oben zu verlagern. Und bis zuletzt ist ihm das letztlich auch wirklich gut gelungen.